Was ist die Aura? Dass ich die Aura wahrnehmen kann und durch das relativ schnell erkennen, in welchem Bereich der Aura die Blockade ist. Also im physischen Bereich, im Ätherkörper, im Astralkörper. Die Aura ist in verschiedenen Körpern aufgeteilt und dort kann ich relativ schnell erkennen, wo die Blockade ist und mit dem Klient zusammen auf dieser Ebene, mit dem EFT, die Energie wieder zum Fliessen bringen. Aber es ist nicht ein Tod, wie der Verstand das meint, sondern es ist nur ein Dimensionswechsel, ein Übergang auf eine andere Ebene oder ein Nachhausekommen. Was ein wunderschönes Erlebnis ist, wenn Sie Ihrem Schutzengel einmal sagen, er soll sie umarmen. Das ist so der erste Schritt, um einmal den Umgang zu finden mit diesen Wesenheiten. Und es ist wunderschön, wenn Sie ihm einfach mal sagen, er soll einmal vor sich hinstehen und sie umarmen. Und Sie spüren, wie eine Energie da ist, also auch die von Ihnen, die nicht so geübt sind, Sie spüren das, wie eine Energie kommt und Sie einfach von vorne wie dort halten. Also Sie können wie in die Richtung füren fallen. Es ist wie eine Energieform, wie eine Masse, die da ist. Und es ist ein wunderschönes Gefühl. Also ich würde es Ihnen sehr ans Herz legen, das einmal auszuprobieren. Für mich gibt es nichts Negatives. Die Beziehung von mir zu der Materie macht es schlussendlich so oder so. Also z.B. auch mit diesen ATL-Antennen. Wenn ich denke, es tut mir etwas, dann machen die mir etwas. Wenn ich aber denke, es macht mir nichts und ich dementsprechend gleich schwinge wie Sie, oder mal mir überlegen, was macht die überhaupt eine ATL-Antenne, mal mich tiefer mit dieser auseinandersetze und versuche eine ähnliche Schwingung zu projizieren wie Sie, dann macht sie mir nichts mehr, dann setze ich mich auf eine Kommunikationsebene mit ihr, wo sie mir nichts mehr machen kann. Sie ist so etwas wie ein Lebensberater, der mehr weiss als wir alle. Darum herzlich willkommen, Nadine Reuter. Was für Menschen suchen Ihr Rat? Also, Menschen haben immer das Gefühl, dass sie nur Leute, die Probleme haben. Und das ist überhaupt nicht so. Also, zu mir kommen Leute von allen Lebensarten, Berufsgattungen. Also, ich habe einen Manager, der mir anruft, der irgendwie, wenn eine intuitive Zusatzinformationen von mir. Ich habe Kinder, die zu mir kommen. Ich habe ältere Leute zu mir, die zu mir kommen. Also, das ist wirklich querbeet. Rito Kohler hat eine Hellseherin in Zürich besucht. Der Blick in die Zukunft. Die Vision des Übersinnlichen. Das ist der Lebensinhalt von Nadine Reuter. Die 32-Jährige wollte schon immer professionelle Seherin werden. Jetzt ist sie es. Wenn jetzt jemand vor Ihnen sitzt, was sehen Sie mich oder anders, oder spüren Sie anders als irgendjemand anders? Ja, also wie gesagt, ich schaue nicht mit dem Verstand, sondern ich schaue einfach mit meinem Herz her. Und im Herz gibt es andere Wirklichkeiten. Der Verstand ist so strukturiert. Und der hat halt so Vorstellungen. Und im Herz gibt es keine Logik. Langeweile ist für uns Hochsensitive sehr schlecht aushaltbar. Weil wir, wenn wir unterfordert sind, dann wie selber etwas kreieren. Also eine spannende Situation kreieren. Weil unser Geist ja ständigen Input bekommt. Und deshalb ist es wichtig, sich zu fokussieren. Also eine klare Aufgabe, sich selbst zu geben. Oder dem Kind eine klare Aufgabe zu geben. Ich habe das Gefühl, es ist auch wichtig, dass wir nicht schubladisieren. Also ich hatte mal Eltern, die zu mir gekommen sind. Die haben dann gesagt, das ist ein Indigo-Kind und das ist kein Indigo-Kind. Und das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Also so quasi, du bist speziell und du bist nicht speziell. Und so ist das überhaupt nicht gemeint. Weil jeder Mensch ist einzigartig. Und Hochsensitive sind auch nicht spezieller oder wollen auch nicht, dass das angeschaut werden. Und unser Leben ist ja wie ein Haus mit verschiedenen Türen und Fenstern. Und wenn wir durch diese Türen und Fenstern schauen, in die wunderschönen Gärten, die wir da draussen sehen, und sich manchmal dieses Haus verdunkelt, weil wir traurig sind oder den Weg nicht mehr sehen, dann können wir uns vorstellen, wie die Roller fallen an unserem Haus. Auch das Licht ist immer noch draußen in den Gärten. Und wenn wir selber zu wenig stark sind, um diese Roller wieder zu öffnen, dann bitten wir einfach die Engel darum, dass sie uns die Roller wieder öffnen, dass das Licht von außen wieder hereinstrahlen kann. Und wir sind nie alleine, weil die materielle Welt oder auch diese Schattenwelten, wo wir manchmal drin sind, die sind immer eingebettet in die lichtvollen Welten. und diese Wesen sind immer um uns herum. Und wir dürfen einfach unsere Türen und Fenster öffnen und dieses Licht zulassen in jedem Moment. Stell dir vor, dass deine Seele wie ein Haus ist, mit Türen und Fenstern, durch die du in die lichtvollen Gärten der Lichtwelten schauen kannst. Aber jeder kann schlussendlich ja selber entscheiden, wen er sich erfahren will. Und wir sind ja multidimensionale Wesen, die ja ständig Intuition wahrnehmen und ständig auf verschiedenen Ebenen ja, Sachen spüren. Und wir können selber entscheiden, wie viele Türen wir öffnen und wie wir uns in unserer Ganzheit wahrnehmen wollen. Wieso haben Sie sich genau das Medium ausgesucht und nicht irgendwie gesagt, ich mache jetzt nur so eine Beratung, das DVD oder etwas in der Art. Wieso soll es ein Buch sein? Wieso haben Sie das geschrieben? Ja. Also mein Weg war immer, dass ich sehr aus meiner inneren Welt gelernt habe. Also schon als Kind, ich hatte einfach Inspirationen, Wahrnehmungen, vielleicht auch Visionen oder einfach eine Hoch-Sensitivität, dass ich einfach vieles wahrgenommen habe. Und ich hatte wie innere Lehrer, die aus meinem Herz gelebt haben. Für mich war immer ganz klar, dass die Engel und die geistige Welt ein Teil sind von uns, dass wir multidimensionale Wesen in einem multidimensionalen Kosmos sind und dass nichts getrennt von uns ist. Also dass die Erde lebt, dass die Natur lebt, dass wir irgendwo auf einem Planet sind im Nirgendwo und verbunden sind mit allen Sternen und Ebenen und Dimensionen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es wie zwei verschiedene Gehirnhälften hat, eine weibliche und eine männliche. Nicht, dass man findet, ja, negativ denken ist gleichwertig wie positiv denken, sondern dass man die negativen Gedanken, die wir haben, wie mit Licht anstrahlt oder sie im Göttlichen übergeben.